Hallo zusammen, Ei Zocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Reise zum Steinquallengipfel anzunehmen bei Faldreas, Goethe, Schael im Eschental an dieser Position. Mal schauen, ob es was zu beobachten gibt. Nein? Wie ihr seht befindet sich der Steinquallengipfel beziehungsweise das Steinquallengebirge im Süden von Eschental. Da gibt es durch die Berge irgendwo ein Pfad. Ich werde den jetzt suchen und sobald ich da angekommen bin, bevor ich durchgehe, werde ich mich wieder bei euch melden, damit ihr seht, Worte Eingang zu diesem Tunnelpfad, wie auch immer ist. Also, bis gleich. Ich bin schon bei diesem Pfad, nennt sich der Steinquallenpfad. Hier habe ich auch ein bisschen das Gebiet aufgedeckt. Also, da vorne ist dieser Mistwahlsee. Also, ist ziemlich gut zu erkennen. Und mal schauen, ob sich in diesem Pfad auch Gegner befinden oder ich da einfach so durchlaufen kann. Also, von dort kann man auch kommen logischerweise aus dieser Richtung. Und ich begebe mich mal hinein. Der Steinquallenpfad. Wie es aussieht, ist er ziemlich lang. Vielleicht sind auch Gegner hier und die sind quasi tot durch andere Spieler. Das kann natürlich auch passieren. Und wie man sieht, ist der Weg ziemlich lang. Ich werde da jetzt durchlaufen und sobald ich draußen bin, werde ich mich noch mal kurz melden. Bis gleich. Hier bin ich am Ausgang. Bin also einfach diesem Pfad gefolgt, also dem hellbraunen Pfad. Des andere sind so Abbiegungen und Abzeigungen. Und nun befinde ich mich im Steinquallengebirge an dieser Position. Ich werde nun den NPC suchen, wo man diese Quest abgeben darf. Und sobald ich da bin, werde ich mich noch mal bei euch melden, damit ihr seht, wo das überhaupt ist und wo genau der NPC steht. Bis gleich. Gleich komme ich an. Ist ein sehr langer Laufweg. Nicht vergessen den Flugpunkt zu nehmen, wenn ihr schon mal hier seid. Also meine Empfehlung. Und zwar bin ich jetzt hier oben. Bin also von dieser Höhle hier entlang gelaufen und dann einfach diesen Weg entlang. Quest ist abzugeben bei Bewahrer Albagorm im Steinquallengebirge an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Es ist okay. Und dann... ... ... ... ... ... ... ... ...